Servus beisammen, meine lieben bayerischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Hier ist die Rosalie. Am Sonntag sind in Bayern Landtagswahlen und ich hätte zwei kleine Bitten an euch. Erstens, geht hin, geht wählen. Nutzt eure kostbare Stimme, um die Zukunft unseres Bundeslandes mitzugestalten. Es ist eine Errungenschaft, dass wir wählen können. Immerhin sogar mehr Frauen dürfen wir wählen. Sogar in Bayern, die Süße fast kaum zu glauben. In diesem Sinne, nutzt eure Stimme. Geht hin, gebt sie ab. Und zweitens, bitte denkt vorher darüber nach, wem ihr die Stimme geben wollt. Bitte informiert euch. Seid so gut und nehmt euch die Zeit. Schaut in die Parteiprogramme und haut nicht einfach eure Stimme so aus einer Laune heraus in irgendeine Partei, von der ihr gar nicht genau wisst, was die eigentlich vorhaben. Solltet ihr zum Beispiel in Erwägung ziehen, die AfD zu wählen, bitte lest euch das mal durch, was die vorhaben in Sachen Familie, Kinder, sozial Schwachgestellte, alleinerziehende, Sozialstaat. Das ist katastrophal. Also bitte schaut es euch an und dann trefft die Entscheidung, ob ihr das wirklich wollt, ob ihr wirklich wollt, dass das die Zukunft unseres Bayerns ist. In diesem Sinne, denkt nach. Servus, für dich. Bis bald.